Guten Morgen, Gampel! Es ist leider, leider der letzte Tag hier, aber bevor wir gehen, machen wir noch ein wunderschönes Interview und zwar mit dem Heiser. Hallo! Hallo! Hallo, willkommen zu Switzerland! Thank you very much! Is this your first time here? It is my first time here, absolutely. Well then, you've got the right spot here, you're at Open El Gampel. Amazing, yeah, I fell out of the bus and then just was kind of shocked by how beautiful it was. Shocked by you actually landed. Oh, it's beautiful, yeah. Cool. So you came from Austria, right? Yes. 14 hour drive, you said? Yeah, we just did Frequency Festival yesterday. Oh, wicked. Yeah. So, yeah, I've been on the road since then. Alright, cool. Also, der Herr kommt von Österreich, ist jetzt das erste Mal hier in der Schweiz und ist im Bus aufgestanden nach einer 14-stündigen Fahrt. Und ist da im wunderschönen Gampel gelandet mit den wunderschönen Bergen und den wunderschönen Wäldern. Also, der hat das wirklich gut drauf für die erste Mal hier in der Schweiz. So, was like your knowledge of Switzerland? Have you got any? I have very, very little knowledge of Switzerland. As I've never been here and I don't think I've studied the history or anything all that much, apart from what's kind of publicly known about Switzerland. Alright, okay. Cool. So, no clichés that you have? I mean, the beautiful mountain ranges, that is a cliché which has found itself here. I think, yeah, so. But, no, I don't, I don't, I don't, I've never been, I've always wanted to see more. Alright. You know, yeah. Cool. Is there anything I should know? Well, there's a lot to know about Switzerland. We've got cheese and chocolate. Yeah, yeah. That's a good start. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Well, you can Google it whenever you've got time in life. Also, I mean, obviously, yes, I have no idea what you're saying, so you could be saying some horrific things. Oh, I would never say that. I would never say that about you. But then, no, it's a great, it's a great language. Alright. Yeah, it's fantastic. Also, ich verwirre dich nicht ganz mit meiner komischen schweizerdeutschen Sprache, die ich kann. Aber hey, reden wir mal über ein Lied von dir, das eigentlich, das erste Lied, das du dich so in der Welt präsentiert hast, Take Me to Church. Let's talk about that wonderful, wonderful song that you made. Okay. I really love it. I really, really like it. Thank you. And you once said there's a lyric, a lyric passage there, where you said that it's finding something new to worship? Yeah, I suppose. Yeah, yeah. So what do you worship right now in life? Actually, I don't think, I think worshiping is a, if you're going to worship something, it's a tricky thing. I think for any human being to worship something, you have to allow yourself to be below it. And I don't think that's a good thing for a human to do. I was going to say. So whether it's a religious icon or a political figure or indeed a famous person, I don't think anyone should be worshiping. Okay. So that's kind of what also maybe what the song is about. But I think the song is about re-electing or putting in the position of something that that you have been forced or something that you, an ideological love or a theoretical love and putting it in place of something that's real and tangible and physical and of this earth and loving that, I think. Okay. Cool. Also, his song is really cool. If you listen to it, you can always listen to it, if you haven't done it. And then it's just about, that you find something new that you can forget. And in Form von vergetten meint er, dass man sich unterordnet von etwas. Das findet er eigentlich nicht so gut. Und es geht vor allem darum, oh, baby, gut. Also, ein kleines Insekten, der da immer fliegt. Und er findet es nicht gut, dass man sich unterordnet so fest, dass man sich selber vergisst. Sondern es geht vor allem darum, dass man etwas finden kann, something tangible and physical. Also etwas, das man so anlangen und echt fühlt und eine Liebe ist, die sich auch lohnt. Und man sich nicht darin selber verliert. Aber es ist nicht nur das. Sein Lied geht ja nicht nur um das. Sondern du hast auch ein Video dazu gemacht. You know where I'm going. You understand me. Und das Lied, das Video setzt sich sehr gegen Homophobie. Und es zeigt so eine Szene aus einer russischen Situation momentan. Wieso hast du dich jetzt eigentlich so entschieden, dich gegen Homophobie aussprechen? Also ich finde es super, dass du das machst. Ich finde es wunderbar. Aber wieso gegen das? Obviously the Video. Das Video, das wirklich mich hat. Es hat mich wirklich geführt. Aber du hast mich entschieden, dass du dich gegen Homophobie ausgesprochen hast. Und zu sprechen über es in einer Art 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 Art. Ja. Ich finde es wunderbar. Ich finde es wunderbar. Ich finde es viel mehr Menschen, die es tun. Aber warum hast du das gemacht? Ich habe mich überrascht. 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 Warum hat er das gemacht? Zu dem Zeitpunkt, wo er das Lied geschrieben hat und es darum ging, das Video zu machen, gab es verschiedene Gesetze, die gegen die Rechte von Schwulen und Lesben und Täterkunden erlauben sind. Hey, das belastet mich, ich will das nicht, ich will eine Awareness über das machen. Und in diesem Lied geht es um eine Organisation, die das Recht der Menschen, egal wer man lieben will, stösst das ab. Denn es gibt eine Organisation, die über Jahre, Jahrhunderte hinweg, die Leute so gezeigt und beschrieben hat, wie sie jemanden lieben müssen und wer sie lieben können. Und das findet er einfach nicht gut. Und er hat gesagt, ich spreche gegen das. Amen, Amen, Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deadless death. Aber für das erste Lied, wo du dich in der Welt öffnest und präsentierst, ist es noch, ich finde es gut, aber es ist auch ein heikel, finde ich so. Take me to church is like the first song, a wide range of people are going to notice you and see you. So I think it's a good topic to talk about, but it's also a bit risky. Didn't you ever think it's a bit risky? Um, nah, really, no. I mean obviously yes, but I mean I don't, like, risky in that if people thought it was a subject, like a controversial subject, I don't think it's controversial. I don't think when you're talking about the equal treatment of people. It shouldn't be, it shouldn't be a controversial topic. No, it's not controversial to me. So I wouldn't really, I don't really worry all that much about it. And certainly, the only thing, yeah, if people, not all of my songs are as politically driven and politically charged. So in that regard, maybe people would have an invention of me. I just thought, yeah, they made me think that that's like the only thing you're about, like because it's your first song. Yeah, yeah, yeah. That's why I was like, ooh, when I like, that was like the first song, I was like, ooh, so is he like that all the time? Yeah, yeah, yeah. And obviously I listen to a lot of other songs. Yeah, no, no, no. I mean you haven't heard my cover of Baby, Baby, Baby by David. Okay. No, I'm joking. But the, but not all of them are as politically charged. But some of them are, I write fun songs also that aren't devastating or sad, yeah. And the YouTube comments man on the video, fuck, really, they're really horrible. Yeah, yeah, yeah. What's wrong with those kind of people? Dunno, but the YouTube comments section is often like a toilet wall, like, so you shouldn't really read it. No, but you still do in the end of the day, you still read the wall. Sometimes you, oh, you do. I mean, when you're sitting there, you're going to read the wall, your eyes will fall somewhere. Oh dear. But the, 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 I don't, I don't worry all about it. People are vocal online. People, people are, people are different online anyway. Yeah. It's sad and people, yeah, it's sad. It's really sad. To be honest, if I weigh, if I weigh, if I weigh, if I was very encouraged that by weighing it up, like, I mean, people are very, really, really try hard to, to get their hatred out there. But I don't. I think when you weigh it up, I think, I think, you know, I think reason prevails. Sorry. Yeah, okay. Sehr gut. Ich wollte wissen, eben das erste Lied, das du dich den Menschen präsentierst, ist ein richtig grosses Lied. Also ja, das stimmt schon. Ist auch nicht ein controversial topic in that kind of way. Weil es geht darum, wie du als Mensch solltest sein, dein Recht, ein Mensch zu sein. Und darum sollte das überhaupt kein controversial, also ein umstrittenes Thema sein. Aber was man kann sagen, ist, dass es vielleicht die Leute jetzt gibt, die denken, dass er nur politische Inhalte darüber treten will und sich so konstant gegen etwas auflehnt und konstant eine Rebellion will starten. Ist aber nicht so, auch sehr viele tolle Lieder, auch sein Cover von Baby, 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 die man da mal hören kann oder so. Aber eben, wir sind dann nochmal zurückgekommen auf so ein Video, das so wunderbar ist. Aber die Kommentare auf YouTube sind wirklich das allerletzte. Er hat gesagt, sie sind wie eine Toilet Wall. Also wirklich so auf dem WC, wenn doch so scheisslis ist. Wortwörtlicher Scheiss. Das trifft man jetzt so ein bisschen bei YouTube an. Aber er verbringt Gott sei Dank nicht so viel Zeit mit dieser ganzen Geschichte. Also nicht so viel Zeit mit diesen Sachen. Ja. Danke Gott für das. Aber was du, wenn du auf YouTube auf YouTube wirst? Was du Google? What other Videos? Zombie Kid Likes Turtles. Das ist wahrscheinlich eine meiner Favoriten. Das ist wirklich ein 7-second Video. Das habe ich über 100 Mal gesehen. Ja, oder Katz. Katz sind immer bad. Aber du bist eher ein dog-personer. Oh, ich bin ein dog-personer. Oh, ich bin ein dog-personer. Ja. Whose dog ist das? Das ist Elwood. Elwood. Ist das dein dog? Das ist mein family dog. Oh, he ist so cute. Ja, ja. Oh, he ist gorgeous. Denken du ihn? Ja, ich bin ein bisschen. Er ist mein Herz. Er ist all die tendernessen ich habe. Der dog ist ein tenderness. Ja, er hält es. Ja, er hält es. Er hält es. Er hält es in Ireland. Das ist gut. Also, du hast jemanden, der das für dich schützt. Ja, genau. Für all die hatreds durch die YouTube-comments. Er hält es dir zurück. Ja, er ist süß. Er ist süß. Meine Eltern senden mir Videos von ihm auf TV. Er schaut Eis-Age und so. Er sitzt einfach da. Er schützt da. Er könnte es besser filmen als Eis-Age. Er könnte. Er könnte. Absolut. Ich bin glücklich, dass Eis-Age ist. Ja, ja. Also, der Herr. Ich fand, jemals schaust du YouTube-Videos an in deiner Freizeit. Er hat gefunden, Zombie Kids Like Turtles. Ein ganz gutes Video. Ein wirklich gutes Video. Wir müssen es mal anschauen. Und sonst eben auch Katzen-Video. Obwohl er eigentlich ein Hund-Typ ist. Er hat so einen mega herzigen Hund. Er ist ein Familienhund. Er ist ein Familienhund. Und seine Eltern schicken ihm immer Videos, wie er immer Filme schaut. Und einfach dort vor dem Fernseher sitzt und lächelt. Und Eis-Age ist sein Film der Wahl. Aber der Hund behält auch seine zerbrachliche Seele bei ihm. Vor allem, wenn die YouTube-Kommentare gegen ihn erhält. Also, Elvord hat sich zurück. Obwohl, du kannst Elvord nicht mehr sehen, denn du bist überall im Ort. Ja. 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 Ich denke, für den nächsten Monat oder so. Ich habe eine amerikanische Tour kommen, dann wieder in September. Ja. 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 Ich bin sehr froh, dass es einfach rauskommt. Ich hoffe, dass die Leute es genutzt haben. Es gibt viele Songs von den ersten beiden EPs und auch ein vieles neue Material. Ich mag das. Ich mag das. Es gibt auch ein paar alte Sachen. Ja. Es gibt einige Songs hier. Cool. Und ich bin ehrlich, ich bin sehr froh, weil ich nicht mehr warte, zu schreiben und mehr Musik zu machen. Okay. Aber ich bin sehr froh. Es gibt viele neue Songs hier. Cool. Also, der Herr bringt das Album raus. Im September. Sein allererster Album, das heute schon heisst. Und ich fand, hey Alter, ich bin auch ein bisschen nervös für dich. Das wird mega toll. Und er so, ja voll. Es gibt alte und neue Sachen drauf. Und dann kann es einfach kaum erwarten, bis das Zeug rauskommt. Weil dann kann er endlich loslegen mit dem weiteren Sachen machen. Aber eben. Bei dir ist es jetzt sehr schnell gegangen. Du bist innerhalb von einem Jahr riesig geworden. Du hast ja eben Amerika sozusagen schon erobert. Wo liegen jetzt deine Grenzen? Weil ich weiss, dass du ein Mensch bist. Also ich habe gelesen, dass du ein Mensch bist, wo nicht selber gern sein Zeug macht. Wo liegen jetzt deine Grenzen bei der ganzen Geschichte? Du siehst mich wirklich angreifft. Ich bin sorry. Also ich habe gesagt, ich meine, du hast, du hast, ähm, 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 Ich habe immer auf meine eigene Arbeit gearbeitet. Das ist das, was ich mir gedacht habe, ja. Ja, so... Und da haben sich ein paar Ansprachen, wie das passiert. Und ich würde es nicht aufhören, wenn es das eigentlich passiert ist. So, wir bekommen offers in für Vocals und so weiter, über die Odd Dance-Track und so weiter. Ja, ja. Manchmal muss man es einfach mal schauen. Aber ich möchte... Ich bin sehr discerning, wenn es zu Songs kommt. Und natürlich lyrical Content in Songs. Und... Danke Gott! Danke Gott, dass du das machst! So, ich würde gerne arbeiten, so viel wie möglich. Wir sehen uns. Okay, cool. Also, wo liegen seine Grenzen bei dieser Geschichte? Es hat schon so ein paar Leute gegeben, die auf ihn zu kamen, aber er findet so, ja, er müsste zuerst mal an die Grenzen herkommen, um zu realisieren, okay, das mache ich nicht. So, we have to stand on the line, to realize, this is the line. In that kind of Perspektive. Also, eben diese Grenzen muss er kennenlernen. Und vor allem mit der Zusammenarbeit ist er sehr vorsichtig, weil er leitet mega viel Wert auf the lyrical Content. Also, was eigentlich gesungen wird, was da gemeint wird. Und das ist mega wichtig, Gott sei Dank. Und von dem her, schau dir da ganz fest darauf, dass das alles gut kommt. Vor allem, weil er eben gerne eine Leidenschaft hat. Aber hey, du willst ja heute spielen, nicht verleigen, weil es werden ja ganz viele Leute da sein für dich. Darum, ich wünsche euch ganz viel Spass und danke euch mal. Und viel Spass zuerst mal in der Schweiz. Danke. You understood me on that one, didn't you? Ja, just about. Cool. Well, thank you very much. Thank you very much. Fun rangers. That is a cliché which has found itself here. So, but, I've never been, I've always wanted to see more. All right. Cool. Is there anything I should know? Well, there's a lot to know about Switzerland. We've got cheese and chocolate. That's a good stop. Yeah, yeah. Well, you can google it. What drive you said? Yeah, we just did Frequency Festival yesterday. Oh wow, wicked. Yeah. So, yeah, I've been on the road since then. All right, cool. Also, der Herr kommt von Österreich, ist jetzt zum ersten Mal hier in der Schweiz und ist im Bus aufgestanden nach einer 14-stündigen Fahrt. ist aufgestanden und ist da im wunderschönen Gampel gelandet mit den wunderschönen Bergen und den wunderschönen Wäldern. Also, hat das wirklich gut drauf für das erste Mal in der Schweiz. So, was like your knowledge of Switzerland? Have you got any? I have very, very little knowledge of Switzerland. But, as I've never been here and I don't think I've studied the history or anything all that much, apart from so, apart from what's kind of publicly known about Switzerland. All right. Okay. Cool. So, no clichés that you have? I mean, I mean, the beautiful mountain. Well, let me talk about mit dem Herr mit dem Häusern. Hello. Hello. Welcome to Switzerland. Thank you very much. Is this your first time here? It is my first time. Well then, you've got the right spot here. Yeah. Amazing, yeah. I fell out of the bus and then just was kind of shocked by how beautiful it was. Shocked by you actually landed. Oh, it's beautiful, yeah. Cool. So, you came from Austria, right? Yes. Good morning, Gampel. It's unfortunately the last day here. But, before we go, we'll do another wonderful interview and that's with Häusern.